Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Streckenguide. Heute geht es nach Monaco und das ist mal eine Strecke, wo der übliche Satz von mir, das soll keine Hotlabs sein, sondern das soll eine repräsentative Runde werden, nicht ganz Anklang findet, denn in Monaco, sagen wir mal ehrlich, da ist eigentlich fast jede Runde eine Hotlab oder sollte es zumindest sein, viel Spielraum für entspannte Kurvenfahrten gibt es hier auf jeden Fall nicht. Und deswegen schauen wir uns mal an, welche tückischen Stellen diese Strecke hat und wo ihr definitiv aufpassen solltet. Wie immer gilt, wenn euch das Videoformat gefällt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, um das zu unterstützen und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit der Streckenerklärung. Wie immer gilt aus der letzten Kurve ausreichend Schwung mitzunehmen auf die Startzielgerade, die auch gleichzeitig die einzige DRS-Zone der Strecke ist, dann geht es schon auf Kurve 1 zu und da muss man sich überlegen, wie man anbremsen sollte. Zu allererst sei gesagt, im Rennen müsst ihr aufpassen, dass ihr die gelbe Linie hier nicht überschreitet, dass ihr auf der linken Seite bleibt, denn bei der Boxenausfahrt, da können euch einige Fahrzeuge sonst ziemlich gefährlich nahe kommen und ihr könntet kollidieren. Wenn allerdings keine Autos rauskommen, dann könnt ihr ruhig so weit innen anfahren, wie ich es hier tue. Kurz vor der Brücke solltet ihr dann anfangen, für die erste Kurve abzubremsen und dabei könnt ihr auch euch ein bisschen nach links reinbremsen. Also ihr nehmt quasi einen ziemlich geraden Bremsweg, da ihr relativ weit innen anfahrt und bremst euch somit nach außen. Und damit habt ihr eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass eure Reifen blockieren. Das kann natürlich immer noch passieren, aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist halt geringer. Dann lenkt ihr etwa dann ein, wenn die Strecke sich wieder ein wenig öffnet, denn die linke Leitplanke zieht erst ein bisschen zu und macht dann wieder auf. Ihr fahrt rechts über den Körb, ihr könnt den auch ruhig ein bisschen härter tatsächlich mitnehmen. Das wird auch vom Spiel leider, leider nicht geahndet und dann beschleunigt ihr ab dem Kurvenscheitel wieder raus und jetzt folgt eine lange Geradeaus-Passage, wo ihr entsprechend auch mal kurz durchschnaufen könnt. In die nachfolgende Linkskurve könnt ihr viel Geschwindigkeit mitnehmen. Das heißt, ihr lasst euch in die Kurve reintragen, nehmt das Gas weg und lasst euch quasi durch die Kurve durchtragen. Nachdem ihr dann den ersten Kurvenscheitel erwischt habt, fahrt ihr oder trägt euch die Strecke automatisch schon nach außen. Und dann könnt ihr auch ein bisschen beschleunigen, damit ihr vor der Rechtskurve, vor der Casino-Kurve entsprechend wieder nach links außen kommt. Da könnt ihr noch ein bisschen, wenn ihr zusätzlich beschleunigt, Geschwindigkeit aufbauen und dann geht ihr natürlich vom Gas, damit ihr die Rechtskurve möglichst gut erwischt. Und ihr müsst unglaublich früh, also gefühlt viel zu früh einlenken, damit ihr auch rechts den Kurvenscheitel erwischt. Und da könnt ihr auch ruhig den Körb auslassen, sondern nur an diesen heranfahren. Anschließend ein bisschen den Hubbeln ausweichen, also auch ein bisschen nach rechts fahren und bremst nach links für die nachfolgende Passage ab. Das ist die langsamste Passage dieser Strecke und ihr müsst da auf jeden Fall aufpassen, wie ihr durch die Rechtskurve fahrt. Denn das innere Rad hinten könnte da gegen die Leitplanke stoßen. Beschleunigt dann möglichst früh wieder raus und dann geht es auch schon auf die langsamste Kurve der gesamten Formel 1 zu, nämlich die Löwskurve. Und da gibt es keinen so klaren Bremspunkt. Ihr habt da so eine kleine Tafel, die die gelben oder grünen Flaggen signalisiert, auch mal wahlweise die blauen Flaggen. Da könnt ihr euch eventuell daran orientieren, aber das ist wirklich eine Gefühlssache hierfür anzubremsen. Und da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen Praxis haben. Allgemein empfiehlt es sich für Monaco, viele, viele Runden zu drehen im Training, damit man wirklich eine gute Kontinuität in die Rundenzeiten und in das allgemeine Fahrgefühl bekommt. Dann fahrt ihr links über den Körb und den könnt ihr auch ziemlich, ziemlich stark mitnehmen durch die Löwskurve. Und auch hier könnt ihr ziemlich früh rausbeschleunigen und könnt euch dann dementsprechend nach außen tragen lassen und solltet auch hier wieder relativ zügig nach links lenken, um euch für die nächste Rechtskurve vorzubereiten. Auch da solltet ihr nicht unbedingt ein allzu starkes Bremsmanöver machen. Ihr merkt, in Monaco bremst sich grundsätzlich relativ wenig für die langsamen Kurven an, wo man ohnehin schon eine recht niedrige Geschwindigkeit hat zumindest. Und könnt auch dann rechts leicht den Körb mitnehmen. Und auch hier könnt ihr relativ früh dann tatsächlich rausbeschleunigen aus der Kurve, solltet aber nicht zu weit über den Körb fahren. Auch sehr vorsichtig sein, wenn ihr über den Körb fahrt und über diesen anders beflasterten Boden. Aber dann, wenn ihr quasi aus der Kurve wieder raus seid, könnt ihr kurz mal Vollgas geben und auch dann gilt wieder, ihr müsst vom Gas gehen, leicht bremsen. Und dann lasst ihr euch quasi reintragen in die Rechtskurve, bevor der Tunnel beginnt. Und ihr lasst euch quasi mit sehr, sehr viel Gefühl durch die Kurven tragen. Ihr merkt, dass man da relativ viel Feingefühl braucht, um entsprechend zumindest möglichst sanft über die Strecke zu kommen. Im Tunnel könnt ihr wieder einen Moment durchschnaufen, ehe es dann auf die nächste Schikane zugeht. Dort könnt ihr just nach dem 100 Meter Schild abbremsen für die nachfolgende Kurve und solltet erneut hier links aufpassen, dass ihr nicht mit dem hinteren inneren Rad an der Leitplanke hängen bleibt. Denn das kann euch ganz gerne mal rausdrehen. Ihr solltet dann rechts möglichst viel Körb mitnehmen und hier könnt ihr schon die Geschwindigkeit aufbauen für euren Kurvenausgang. Ihr solltet erst relativ viel Feingefühl beweisen, aber dann, sobald ihr quasi durch den zweiten Rechtsklick durch seid, könnt ihr voll aufs Gaspedal latschen und sehr, sehr viel Geschwindigkeit aus dieser Passage rausnehmen. Das Auto kann hier leicht quer gehen, deswegen auch da solltet ihr ein bisschen aufpassen, aber ihr merkt, man kann hier sehr, sehr schnell aus der Kurve wieder raus beschleunigen. Die Tabakkurve erfordert etwas Mut, damit man sie sehr, sehr schnell passiert und das ist ein sehr, sehr großer Fehlerherd. Allerdings nehme ich die Kurve sehr gerne sehr schnell. Ihr solltet kurz bevor ihr dann entsprechend in die Kurve reinfahrt leicht abbremsen, auch hier wieder mit etwas mehr Gefühl und fahrt dann im fünften Gang innen an den Kurvenscheitel heran. Und das Ding ist, dass ihr hier ziemlich, ziemlich schnell wieder raus beschleunigen könnt. Grundsätzlich kann man ja einen F1 2017 sehr früh wieder raus beschleunigen. Hier hat das zusätzlich das Risiko, dass ihr außen eben an die Leitplanke herankommen könnt und im schlimmsten Fall holt ihr euch einen Schaden am Fahrzeug ab. Hier funktioniert das allerdings ziemlich gut. Ich komme ziemlich weit nach außen und gut, diese Schikane, die könnt ihr quasi vollnehmen, ehe es dann zum nächsten Anbremspunkt geht. Ja und hier könnt ihr sehr stark anbremsen, solltet die Bremse allerdings relativ früh lockern und könnt euch dann durch die nächste Schikane durchtragen lassen. Ihr solltet dabei rechts möglichst nah an den Kurvenscheitel bzw. auch an die Leitplanke heranfahren, damit ihr möglichst gut den Richtungswechsel vollführen könnt und möglichst viel Schwung aus der Rechts-Links-Schikane wieder rausholen könnt. Und da seht ihr jetzt, dass wir links sogar ziemlich hart über den Körb fahren können. Das Gas solltet ihr da allerdings relativ feinfühlig sortieren, denn wenn ihr hier zu schnell seid, landet ihr auch hier wieder in der Leitplanke. Beim Anbremsen für Rastgas muss man dann auch sehr vorsichtig sein, denn hier müsst ihr zwangsweise auch eine leichte Kurve fahren beim Anbremsen. Ich halte mich beim Anbremsen erst möglichst weit links und versuche dann beim Anbremsen mich immer weiter dem Kurvenscheitel zu nähern und wenn das innere Rad dann auch leicht blockiert, so wie es hier gerade der Fall ist, dann ist das auch nicht so schlimm, zumindest in dieser Kurve. Ihr solltet allerdings auch aufpassen, weil die Kurve eben sehr stark zumacht, dass ihr nicht zu weit rauskommt, denn auch hier könntet ihr ganz ganz leicht in der Leitplanke landen. Ihr könnt dann auch etwas nach dem Kurvenscheitel erst rausbeschleunigen, das ist mal eine Eigenheit, die diese Kurve für sich behält. Für die letzte Kurve tippe ich die Bremse tatsächlich nur ziemlich kurz an und beschleunige sehr sehr früh schon aus der Kurve heraus. Ihr könnt, bevor ihr den ersten Kurvenscheitel überhaupt erst erreicht habt, schon rausbeschleunigen und so sehr viel Schwung auf die Start-Zielgerade mitnehmen. Und wenn ihr hier nicht zu früh euch freut und somit auch ein bisschen die Wand hier und da noch mitnehmt, dann bekommt ihr nochmal eine etwas schnellere Zeit als die 1.10.9, die ich geschafft habe, am Ende hin. Und das war eine schnelle Runde in Monaco. Ja, das war auch schon ein kleiner Rundgang um Monaco, ein wahrscheinlich relativ langes Video für eine sehr kurze Runde. Wenn euch das Video weitergeholfen hat und gefallen hat, dann könnt ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ansonsten bedanke ich mich viel, vielmals fürs Einschalten. Morgen geht es mit der F1 2005 Mod weiter und nächste Woche gibt es dann den nächsten Streckenguide, nachdem wir jetzt zwei Stadtkurse hatten. Schauen wir, was es beim nächsten Mal gibt. Jetzt gibt es noch für euch die ungeschnittene, schnelle Runde am Ende. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich vielmals, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich.